Dominik, 3 zu 0 gewonnen. Was gibt es noch mehr zum Spiel zu sagen aus deiner Sicht? Ja, ich denke es war nicht unser bestes Spiel. Wir haben relativ souverän gewonnen und uns sicherlich nicht mit Ruhm begleckert. Die nächste Woche sind entscheidend, kommen andere Gegner, auf die wir uns konzentrieren müssen. Ein souveräner Sieg. Du hast gerade gemeint, ihr habt euch nicht mit Ruhm begleckert. Wieso das? Ja, wir haben ein solides Spiel. Wir können sicherlich besser spielen, wie wir heute gespielt haben. Aber in Summe denke ich ein solides Spiel. Nicht unsere beste Leistung, aber gut genug. Also gibt es bei einem 3 zu 0 immer noch Grund, unzufrieden zu sein? Nein, das nicht. Ich denke, wir haben genau die Leistung gezeigt, die heute erforderlich war. Letzte Woche haben wir was gut zu machen gehabt. Haben wir zuhause unglücklich verloren. Wir wollten es diese Woche besser machen. Am Donnerstag spielen wir gegen FSSV, da zählt es auf jeden Fall. Das sind die Spiele, um die es dieses Jahr geht. Und da müssen wir uns noch ein bisschen steigern. Kannst du sagen, wie ihr die Tore gemacht habt? Ja, ich denke, das waren drei mehr oder weniger gut rausgespielte Tore. Nach Standards waren wir heute gefährlich. Kopfballtor, einmal quergelegt. Standards hauptsächlich. Ihr seid auf Platz zwei gewesen, zumindest vor dem Spiel. Was habt ihr für Aspirationen? Wie heißt, seid ihr auf den ersten Platz beziehungsweise? Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, unser Ziel ist ganz klar aufzusteigen. Wir haben noch beide Mannschaften, die bei uns direkt gegen uns stehen, FSSV, Olympia Hertha. Die Spiele müssen wir gewinnen. Dann denke ich, steigen wir auf und das ist ganz Lanzersaisonziel. Das nächste Spiel, du hast es schon kurz angesprochen, ist dann das Spiel gegen den dritten FSSV Karlsruhe. Was wird das für ein Spiel? Kannst du mehr dazu sagen? Ja, ich denke, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind sicherlich offensiv stark. Müssen wir gucken, dass wir hinten kompakt stehen. Ähnlich wie heute wenig zugelassen. Nach vorne unsere Chancen machen und dann werden wir das Ding auch gewinnen. Ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke.